Ich gehe in die Handelsschule, weil ich nach den drei Jahren ein fertiger Bürokaufmann bin. Ich gehe in die Handelsschule, weil ich später mal in der Rezeption arbeiten will. Herzlich Willkommen in der Handelsschule Jennerstorf. Hier erlebst du gerade hautnah praktische Bürotätigkeit in der Übungsfirma, dem Herzstück unserer Schule. Ob in den Abteilungen Rechnungswesen, Personal oder im Sekretariat, wir befassen uns mit kaufmännischen Tätigkeiten, die in modernen Unternehmen gefragt sind. Dabei wird großer Wert auf Teamfähigkeit und Know-how und einen wertschätzenden Umgang miteinander gelegt. Dieses Training bringt uns bessere Chancen im Beruf und das ist ganz schön praktisch. Fit for the Job sind wir auf jeden Fall, denn wir werden auch auf Bewerbungs- und auf Business-Situationen wie zum Beispiel Geschäftsessen vorbereitet. Wie du siehst, arbeiten wir viel am Computer und oft können wir beim Erstellen von Präsentationen unsere Kreativität beweisen. Ich gehe in die Handelsschule, weil ich eine gute Ausbildung machen will und später die Matura machen will. Ich gehe in die Handelsschule, weil ich später zur Polizei gehen will. Ich gehe in die Handelsschule, weil ich dann auch unbedingt die Berufsseite proben will. Die Ausbildung in der Handelsschule ist vielfältig. Sie stärkt unsere Persönlichkeit, fördert unsere Talente, sie macht Spaß, sowie das Arbeiten im Labor. Und das schmeckt so richtig. Und mit der Berufsreifeprüfung, die du auch bei uns in der Schule ablegen kannst, stehen dir alle Wege offen. Das Jahr in der Handelsschule war sehr gut, um wirtschaftliches Rechnen kennenzulernen. Dank der dreijährigen Handelsschule habe ich die Möglichkeit bekommen, eine verquitzte Lehre als E-Commerce-Kaufrau zu beginnen. Mir hat das viel geklappt, was ich dann in der Handelsschule lernte, wo ich nachher in der Berufsschule brauche. Jetzt bin ich Fotograf und kann vor allem in der Buchhaltung mein erlerntes Wissen in Rechnungswesen sehr gut einbringen. Und die Handelsschule hat mich sehr viel gelernt, was ich jetzt in meinem Lehrbuch anwenden kann. Ich bin froh, die Handelsschule in Jenersdorf besucht zu haben. BHS oder Innova Jenersdorf – einfach eine coole Schule.